Nein, ich brauch mein STG. Hey, Kamina Kota! Das war knapp. Danke, dass du geholfen hast, den Außenposten zu verteidigen. Ich muss mit dir reden. Komm her. Ich bin okay. Ohne dich hätten wir den Außenposten verloren. Danke. Ich bin auf alles vorbereitet. Ja, was ist denn? Namaste. Namaste. Hey, hier drüben. Nur wegen dir konnten wir den Außenposten halten. Ja. Danke. Bitte. Ach komm. Digga, fick dich doch. Ist das okay da drin oder soll ich dich in Ruhe lassen? Kann ich dich mal kurz sprechen? Was zum Geier machst du da? Ich muss hier rein, aber es gibt keinen Eingang. Doch, es gibt hier einen Eingang. Bitte. Hilf mir. Was? Oh Gott. Die haben meine Freunde als Geister. Du musst sie hin. Ja, ja, ich kann mich drauf. Ja, kann ich mich drauf machen. So, Haftgranaten. Blabliblub. Haft C4 und Haft Minen. Wingsuit haben wir. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Der STG kann erstmal bleiben. Der Jagdbogen bleibt hoch. Einzigartiges. Faustwaffe. Molotows. Brandpfeiler. Blablabla. Beute in Südkirchen. Wie auf dem Loch? Haben wir doch alles schon gemacht. Beziehungsweise gekauft. Ich kümmere mich um Fähigkeiten. Was haben wir hier? Und was haben wir hier? Deutlich ist weniger Schaden beim Fallen. Das ist nice. Ich trompe. Ich trompe. So. Weiter in Richtung Süden. Digga, was willst du von mir? Ein letztes Mal jetzt noch. Aber wirklich. Nee, dann nicht. und ein bisschen. Also geht's. Also geht's. Ich will natürlich alle Geiseln werden. Ich will, dass ihr in 30 Minuten fertig seid. So, weiter! Meistere Bellen, haben gekriegt, was sie verdient haben. Und stinken tun sie auch. Schneller! Pull up! Noch langsamer, und wie erschießt er dich? Wenn du den goldenen Pfad hüllst, wirst du wie die Leiche sein. Ich bin zu! Ich darf ja das wahr! Es waren 50 Pfeile verschossen. Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ja, dann bin ich auch noch dran. Oh, hier gibt's Loot. AJ, danke für deine Hilfe da draußen. Die entführen ständig Leute für Zwangsarbeit oder nur zum Spaß. Der frei so viele wie du kannst! Ich schau mal! Bitte bitte! Ich will jetzt erstmal gerne, glaube ich, den Foto da oben mitnehmen. Gebt auf und hoch kommt dein Schnelldruck! Auf den Bremsen! Ich werde dich umlegen. Ich werde dich umlegen. Ich werde dich umlegen. Ich werde dich umlegen. Junge, Junge, ist ja jetzt schon in Action. Bist du ja nicht mehr wohl mit meiner Mutation hier, ey. Traut euch. Na los, kommt her. Besser ist. Achtung! Nice. Oh! Gottverdammt! Verdammt! 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 Das war's für heute. geht es der frau gut morgen morgen der mann mit dem goldenen namen das tut weh erkennst du meine stimme nicht sollte ich die stimme vom sender freies kürat ich bin's rabbi rey rana hörst du das nicht stimmt rabbi rey rana nenn mich einfach rabbi rey mann ok rabbi rey worum geht's wir müssen uns treffen ich schick dir meine koordinaten kommt vorbei mann ja 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 Nehmen wir einen Moment, das leckt gerade wieder. Feuer! Es brennt! Ja, dann haut ab. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Was ist hier los? Es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Das konntet ihr jetzt nicht treffen oder was? Das ist ein Notruf an alle Kämpfer in der näheren Umgebung. Unser Außenposten wird von der Royal Army überrannt und wir brauchen so viel Verstärkung wie möglich. Kommt schnell! Digger, willst du mich verarschen oder was? Es brennt. 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 ja aua hei nein nein ja Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin stolz, für mein Land zu sterben. Ja, wieso sind wohl alle weg? Was macht ein Tiger hier? Komm zurück! Hey, geh mich weg! Mein Herz rennt! So, euch blöde ich auch noch, ne? Habt ihr vielleicht Geld bei? Nur wegen hier konnten wir den Außenposten halten. Danke! Rache ist süß! Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überstehen. Das hast du dir verdient. Dankeschön! So, darf ich jetzt bitte endlich zu diesem scheiß Funkturm aufmachen? Was? Wäre echt nett. Ich danke euch! Ja, wir können so fahrlos eigentlich rüber schauen. Ich glaube, das ist einer dieser Fische, die wir brauchen. Ja, das ist einer dieser Fische, die wir brauchen. Okay, der Waffengut ist vollständig. Jackfell brauchen wir noch eins. Nashorn. Hier, das ist der Tigerfisch, ne? Nashorn brauchen wir noch öfters. Drei. Fünfmal noch. Königstiger und Nepalpader. Das sind schon harte Worte. Ich kann euch auch nicht überall helfen, ne? Jungs und Mädels, ne? Ich wünschte, ich könnte mir Spreng... Wofür, wofür sind denn die Sprengpfeile? Gut oder schlecht? Maraρί cooperateet. Ich bin ein bisschen wie bei dem Motor. Ich bin ein bisschen versteckter. Wofür sind die Sprengpfeile. Richtig. Die Sprengpfeile ist der grün. Y touched on my head. Die Sprengpfeile ist die Gefahr. Der Grünste ist die Gefahr. Geht nicht unter uns! Konservendose. Oh, Alter! Bist du behindert oder was? Ja, sorry, aber... Gott, sorry. Fährt der Wichser mich einfach an, ey. Das ist ein Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Pagan Bist, der nur das Beste für Kürat hat. Seine Bräder für die Zukunft des Landes wird ihm für die folgenden Generation einen Platz an der Sonne sicher. Oh, Alter! Die Funtuse müssen wir auch nicht mehr. Ja, die Funtuse müssen wir auch nicht mehr machen. Stehen Sie hinter Paganin und setzen Sie dem goldenen Tat ein Ende. Kürrat! Das ist der Kürat! Man hat sich nicht nur gewollt. Ja, genau so. Kürrat! Das war's für heute. Oh! Unrecht hat er nicht. Was ist denn los? Unrecht hat er nicht. Oh! Ich will gar nicht stören. Wo geht's denn jetzt? Das ist ein schweres Verbrechen. Wenn Sie jemanden beim Besteigen eines Fugtoms beobachten, sollten Sie sofort den nächsten Repräsentanten der Royal Army informieren. Vorher wird sich nicht alles erlaubt. Was ist denn hier? Ja! Arm um! Los! Geht weiter! Konzentriert euch! Gute Kamine! Los! 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 Was hat er denn mit mir geführt? Aua. Aua. MP7? Präzisionsgewehr. Warte mal. Präzisionsgewehr. Befehlensverweigerung kann ernster Konsequenz nachreden. Böge Pagan 70. Nullscheu. Oh Gott. Ja in dem Sinne heil Pagan, ne? Ja. Nichts, die nicht, die nicht. Oh Gott. Die Funk-Türme in Kürat-Fan sind allein in der Besitzung. Diese Türme zu manipulieren ist ein schweres Verbrechen. So, jetzt nochmal. Oh Gott. 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 Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und Sozialhaushalt. Auf Einzischung im Offiziellen Einrichtung steht die Todesstraße. Wir müssen die Schöne verbrechen, die Schöne überwurte Gäste und die Stadtrichtlinie erschrocken. Ex-Liderat, ich will den Terroristen und Krimisten verteidigen. Für Gefahr ganz wichtig, alle erleuchten. Warum war man die Türme auch so besch... Oh ja, wirklich. Also sorry but not sorry. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Heimatschutz. Diese Botschaft geht an alle Mitglieder des Goldenen Fahners. Warum nimmst ihr euren aufrichtslosen Kampfhaut? Nervt ihr nicht, dass eure Verblindung lesen kommt? Dass der Hütte kann aufhören. Ihr müsst euch nur dagegen. Ergibt euch, als Terroristen... ...wird uns in eine neue Ähre zur Riesenschwürze. Mögt sich nicht uns alle erleuchten. Nach die Sagenklinik. Dürre Schürte. Vanaschurs Scheiterhaufen. So.